So, hier habe ich diesmal Star Trek Enterprise NX-01, die komplette Serie. Ich liebe sie, ich liebe sie so unglaublich. Von den neuen Serien ist es absolut mein Favorite. Favorite? Mein Englisch ist auch super. Ich habe sie mir vor einiger Zeit mal gekauft. Ich habe diese Serie wirklich gesuchtet. Also muss ich sagen, die hätte meines Erachtens auch noch ewig weitergehen können. Hart, natürlich auch Kritiken gekriegt. Nicht zu knapp. Ich fand sie geil. Also auf jeden Fall, für meinen Geschmack ist diese Serie tausendmal geiler wie die neuen Star Trek Filme, die immer rauskommen. Weil die ist nicht so meins. Da ist sie... Nee, nee, einfach nee. Ich sage einfach nee. Das sind die DVD Boxen. Da sind immer zwei Seasons drin. Finde ich, ist ganz gut gemacht. Kann man wie immer alte Spiele rausnehmen. Den ganzen Schuber hier. Zack. Nichts Besonderes. Kein tolles Booklet drin oder ähnliches. Einfach nur die Serie. Kostet aber dafür auch fast gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich habe sie mir für ein paar Euro Schnapper bei Amazon abgegriffen. Was gibt es da noch sozusagen? Nichts. Ihr könnt euch einfach nur das Cover nochmal angucken. Sieht schön aus. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken. Weil es ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich angucken kann. Es gibt viele Serien, die man sich angucken kann. Aber so aus der heutigen Zeit. Das ist ja die letzte Star Trek Serie gewesen. Weil die ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich hoffe es hat euch geholfen. Aber ihr könntet einfach mal die DVD Box sehen. Welchen Inhalt die hat. Wie die aussieht. Wie gesagt. Den Link werde ich unten drunter setzen. Werde auch. Ich würde mich auch über ein Like freuen. Oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Oder ein paar nette Worte da lasst. Oder was gerne Leute machen. Böse Worte da lassen. Ist ja auch okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.